Mit dem letzten EDIOS Update zum Jahresende 2024 kam mir eine neue EDIOS Funktion hinzu, die automatische Farbkorrektur. Was sich dahinter verbirgt, wo wir es in EDIOS finden und wie wir es anwenden, das zeige ich euch nach dem Intro. Mein Name ist Robert und herzlich willkommen zu meinem neuen Tutorial. Untertitelung des ZDF, 2020 Die automatische Farbkorrektur finden wir unter Effekte, Videofilter, Farbkorrektur und dann gehen wir ganz nach unten. Und hier sind jetzt zwei Button hinterlegt. Einmal Autocolor Correction und einmal dasselbe mit Autocolor Correction und dieses rote S. Das rote S bedeutet, dass dort eine Standardeinstellung hinterlegt worden ist. Also sprich, hier ist die Belichtung angehakt, aber kein Weißabgleich. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Wir wenden hier die Standardeinstellung an und ich ziehe die hier auf mein Bild drauf. Und wir sehen, das Bild ist gleich heller geworden. Und wenn wir jetzt in das Dialogfeld reingehen, dann sehen wir jetzt hier in diesem Dialogfenster die ganzen Einstellungsparameter. Ich erkläre die mal im Kurzen. Hier oben haben wir den Button für die Analyse. Hier grün bedeutet, dass es bereits analysiert worden ist. Der Analysevorgang startet automatisch, sobald wir den Effekt auf unser Videomaterial drauflegen. Der bezieht sich immer anhand dessen, wo der Cursor sitzt. Dieses Frame, was darunter liegt, wird dann zur Analyse verwendet. Hier ist gehakt Brightness Balance. Was ich ein bisschen schade finde, dass man sich hier entschieden hat, zwei Sprachen zu verwenden. Also ich hätte mir gewünscht, dass man das alles in einer Sprache macht. Also sprich, komplett Deutsch. Aber das ist jetzt mal eine Nebensache. Und wir haben hier die Breite, also die Helligkeit, die Belichtung ist hier eingestellt und der Weißabgleich fehlt. Ich kann jetzt gleichzeitig auch den Weißabgleich einschalten und wir sehen, auch hier im Bild hat sich sofort was geändert. Und ich kann auch alle zwei wieder ausschalten. Wir sehen, so schaut das Material im Original aus. Ich kann bei jeder Einstellung, die ich hier mache, egal ob ich jetzt hier die Analyse gemacht habe, mit beiden oder unterschiedlich oder alleine, kann ich noch zusätzlich manuell hier eingreifen in der Helligkeit, im Schatten. Ich kann nochmal die Farbtemperatur anpassen. Ich habe hier den Farbton und ich kann hier auch noch mehr Farbe reingeben, je nachdem wie ich das brauche. Hier rechts außen kann ich alles wieder auf den Uhrzustand zurücksetzen. Und dann gibt es hier noch die Anzeige sichere Farbe. Der Haken sichere Farbe bedeutet, dass die Luminanz- und Kruminanzwerte auf einem Bereich von 7.5 IRE bis 100 IRE eingegrenzt werden. Das stellt sicher, dass die Farben des Videos den Standards entsprechen, wie es für Fernsehsender benötigt werden, damit eben keine Übersteuerung oder Farbprobleme auftreten. Und damit ihr das nochmal ein bisschen besser versteht mit der sicheren Farbe, dass da eine Begrenzung stattfindet, schauen wir uns jetzt einfach mal hier im Vektorskop hier den oberen Bereich an und auch hier unten den oberen Bereich. Und wenn ich die sichere Farbe ausschalte, sehen wir sofort, dass das noch weiter ausgeweitet wird. Und das ist eigentlich so einfach erklärt, die sichere Farbe. Ich schließe das Ganze und wäsche es weg. Und ich hole mir die andere Einstellung, hier ganz normale Auto-Color-Correction-Einstellung, ziehe die mir hier drauf. Und wir sehen hier im Bild, beides hat sich hier gleich verändert, denn hier ist als Standard festgelegt, also so wie wir es anwenden, da wird die Helligkeit, also die Belichtung angepasst und hier der Weißabgleich. Dann schließe ich das Ganze wieder. Wenn ich jetzt, so wie man es von anderen Effekten kennt, diesen Effekt mir hier aus dem Informationsfenster auf einen neuen Clip ziehe, dann haben wir folgendes Problem, dass hier keine Analyse mehr stattgefunden hat. Das heißt, ich kann jetzt alternativ zwei Wege gehen. Entweder, dass ich dieses Dialogfeld hier nochmal öffne und hier eine erneute Analyse durchführe. Jetzt sehen wir, jetzt ist das Bild angepasst worden. Oder ich gehe nach der zweiten Alternative, dass ich den Effekt lösche und ziehe einfach komplett neu nochmal drauf. Und ich habe dasselbe Ergebnis. Dann kommen wir noch zu den wichtigen Hinweisen. Wir kommen jetzt zu den wichtigen Hinweisen. Wir fangen gleich mit dem ersten an. Wir haben hier eine sehr dunkle Aufnahme. Ich ziehe die Korrektur drauf. Er hält es auf. Man sieht sogar den Staub. Allerdings habe ich jetzt auch hier sehr viel Rauschen. Da muss ich dann manuell eingreifen, indem ich einfach hier ein bisschen was runterziehe. Je nachdem, wie ich es mir am besten vorstelle, wie es sein soll. Und dann kann ich hier das Rauschen minimieren. Dann kommen wir gleich zum nächsten. Ich habe hier nochmal eine Nachtaufnahme. Wir schauen uns die jetzt mal an. Und hier laufen zwei Leute ins Bild rein. Wenn ich jetzt eine Korrektur drauf setze, obwohl sich an dem Bild ja nichts ändert, außer dass zwei Personen ins Bild reinlaufen, ändert er mir das jetzt so ab. Wenn ich jetzt aber an den Anfang gehe, dann sehen wir, dann ist es richtig aufgehellt. Wir haben Krisel-Artefakte schon fast drin. Und es schaut nicht schön aus. Wenn ich die jetzt ausschalte und direkt hier an der Stelle anwende, sehen wir, dass es nicht so auffällt. Also da muss man unbedingt auch darauf Acht geben. Dann haben wir noch eine Nachtaufnahme, in dem Sinne, dass hier ein Schwenk passiert. Der Schwenk läuft von dunkel ins helle. Wenn ich jetzt die Farbkorrektur anwende, dann zieht er mir das extrem hoch. Wenn ich jetzt das Video abspiele, dann haben wir hier schon volles Rauschen und Grieseln. Aber noch viel schlimmer ist es, dass wenn er jetzt zu der Lampe kommt, haben wir Artefakte und eine Fehldarstellung, dass es eben nicht geht. Selbst in der Autokorrektur kann ich das gar nicht mehr beheben. Ich kann das gar nicht mehr richtig rausfiltern. Da kann man jetzt nur noch eins machen, dass man alles zurücksetzt und eine neue Analyse an dieser Stelle macht. Allerdings muss man dann aufpassen, wie es dann in der dunklen Stelle ausschaut. Dann kommen wir jetzt zum vorletzten Hinweis. Und zwar, ich kann hier auch einen Anpassungsklip anwenden. Allerdings ist hier aufzupassen, wenn ich den jetzt anwende, dann kann ich den genauso nur auf diesen einen Clip anwenden. Denn wenn ich den Anpassungsklip jetzt hier länger mache und ziehe den auf diesen Clip, dann sehen wir, dann ist es zu viel. Dann ist es übernommen worden. Ich müsste jetzt theoretisch eigentlich hier den Clip trennen und dann hier in der Autokorrektur das Ganze nochmal anpassen, damit es dann richtig aussieht. Also da sollte man auch aufpassen. Und der letzte Punkt ist, es gibt viele Leute, die arbeiten mit Logprofilen. Wenn ich jetzt die Autokorrektur drauflege, dann ändert die mir das. Im ersten Moment meint man, oh ja, das ist alles in Ordnung. Wenn ich aber jetzt die Premiere Farbkorrektur draufziehe und die erkennt ja, dass es sich um ein Logprofil handelt, dann haben wir jetzt ein Problem. Hier das Grün in dem Pflanzen ist ausgefressen und wir haben einen leichten so rötlich-lillenen Farbstich drin. Das liegt daran, dass die Filter jetzt verkehrt herum angewendet worden sind. Also ich lösche die nochmal runter. Und als erstes müssen wir die Premiere Farbkorrektur auf das Logprofil anwenden, damit wir eben hier die richtige Darstellung haben. Ich zeige euch das hier. Steht jetzt hier S-Log 3, CineLog 3. Jetzt kann ich die automatische Farbkorrektur draufsetzen und jetzt ändert er mir das richtig und hat es auch in den Farben richtig gelassen und auch hier die Pflanzen sind nicht ausgefressen. Man erkennt es ganz einfach, indem ich jetzt einfach die zweimal gegeneinander austausche und wir sehen, jetzt haben wir wieder dieses falsche Ergebnis. Also da auch unbedingt Acht geben. Und ansonsten war es das eigentlich. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Tutorial weiterhelfen und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, euer Robert. Bis zum nächsten Mal.